Und jetzt machen wir es nochmal auf den Weg, das stärkere Teil, hoppala, auch zu besorgen. Man kann hier natürlich noch 6.000 Nebenmissionen machen. Guck mal, jetzt ist das Türchen da auch zu. Ne, was? Das sah ebenso aus von hier. So, oder? Dass das zu ist, oder? Gerade den falschen Wegwinkel erwischt. Aber wir müssen ja anscheinend raus zum Auto. In der Festung kann man übrigens nicht rennen. Und ich überlege gerade, wie kann man denn jetzt noch zu diesen... Aber kann man... Ne, sah nicht. Kommt man hier in die Werkstatt? Nein. Doch, doch. Guck's an. So war das doch. Das wollte ich doch meinen. Wie viel Schrott habe ich denn überhaupt? 411. Panzerung. Panzerung ist natürlich gar nicht mal so verkehrt. Motor. Na, Reifen. Felgen. Das ist jetzt alles gar nicht mal so schlecht. Kapune. Was siehst du, kann man doch hier aufrüsten. 300. Ja, scheiße. Machen wir. Natürlich machen wir das. Das kostet 600 natürlich. Habe ich gerade nicht mehr so ganz dabei. Also, jetzt auch kann man Max. Ist, glaube ich, soweit. Okay, das ist eh nach gesperrten Rätselkrams. Okay. Denk ich halt erstmal raus. Wir müssen ja erstmal sowieso das andere Ding da holen. Ich hoffe, es wird ein Ange zeigt, wo man muss. Genau. Ich hoffe, es wird noch mal gar so was Pünktchen lösen, oder? Ich glaube, was Problem wird sein, der ist ja nicht alleine unterwegs. Das war er wohl nicht. Lassen wir es mal abziehen. Ernsthaft jetzt? Ich schätze mal, dass ihr da wohnt. Es kann doch nur sein, dass er gar nicht am Fahren ist, mit seinen ganzen Pferden, oder? So, dann nehme ich nicht kaputt, ich würde auch den kaputt machen, oder? Wenn ich unschrotte, wenn ich unschrotte, dann hau ich mich alle anderen auf. Es ist natürlich klar, dass sie mich nicht einfach so an ihn anlassen werden. Aber vielleicht hat er nicht das Problem, aber meine kann er nichts da los. Vielleicht muss ich erstmal hier abhauen. Es ist gerade alles nichts. Es ist alles nichts, aber ich glaube, seine Energie bleibt so. und ich weiß ja, wo er ist. So einfach ist es natürlich nicht, weil seine Komparsen hier dabei halten, die sagen sich persönlich nicht, hey, hey, hier ist er. Klar, komm, wir lassen ihn mal durch. Wir lassen ihn einfach mal unser Schiff aufs Maul hauen. Nein. So dumm sind sie leider nicht. Und warum ist der Punkt jetzt wieder dort? Das habe ich gerade nicht gelesen, was da stand. Ist die jetzt wieder da? Kann ja nicht sein, oder? Das war ja weniger, dann. Das war ja weniger, dann. So, bitteschön, wir werden die Schrott einsammeln, weil Schrott ist ja immer sehr wichtig hier, und aber auch die Basen, die man erobert, die liefern auch einen Schrott in regelmäßigen Abständen. Jetzt müssen wir erstmal den anderen Vogel wiederfinden, na schön. Das habe ich natürlich nicht darauf geachtet, was da eben stand, von wegen, wenn die Kolonne weg ist, was ist dann? Ja gut, er fährt aber wahrscheinlich wohl immer hier im Kreis, wa? Das heißt, er wird mir irgendwann wieder entgegen kommen, wenn ich jetzt in die Gegensätze-Richtung fahre. Denk ich. Daher fangen wir ja Blödsinn. So schnell ist meine Karte nicht, dass ich sie einholen könnte. Aber wann hier fährt Kulte fahren, und ich behaupte das einfach mal an der Papierung auf der Karte. Da ist er doch, der Milo-Stecker! Ich bin heute hier drin. Ja genauer, das ist eigentlich gel Dag- Tag kurz stattdessen. Man muss das Gegenteil, nicht? der feuer hinten dran, aber spinnt der Schade, 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 aber irgendwas hätte ich da auch nicht erwischt, oder? Hab ich ihn erwischt? Hab ich ihn echt noch erwischt? Sehr gut! Komm, küsst du raus? Ja, ja, pass auf! Komm es an und küsst mal gleich an die Fresse! Wiedersehen! Hab ich ihn echt noch erwischt? Sehr gut! Dann war das Schaden noch ausreichend? Aha! Eins! Von einbauen! Sehr, sehr schön! Das ging ja doch schneller als ich dachte! Ich gebrenne das noch so ein bisschen! Entschuldigung, mir leid! Wir sammeln natürlich aber auch den Schott ein! Nach Haare wieder heile, sehr gut! Ein paar Verspieler noch! Das Heim ist doch mit dem natürlich gleich mal Platz. So, jetzt habe ich neue Missionen, sagt er. Voila. Da ist ein Treibstoffgedönse. Könnte ich platt machen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich da hin muss. Ich denke, ich fahre wieder erstmal hier hin. Und guck mal, ob der jetzt, wie er was er jetzt sagt. Dann wissen wir ja, wo er wohnt. Achso, das war hier rein. Dann sage ich mal, was du mir sagen möchtest. Ich bin meine Kindheit, auf der Weg nach Neumann. Wir sind die Buzzerd, aber wir fliegt. Was hast du? Es gibt Dinge in der Buzzer, ein Treibstoff für jemanden wie du. Warum sag ich das? Ich werde nichts für dich. Ich habe eine Gefühle, dass du noch nicht möglich ist. Der Buzzer ist noch in den Tunnel. Geh da und sehen. Natürlich. Oh, schneidet die Sniper Gehör Verbesserung maximales Magazin frei. Das ist natürlich mal eine Idee. Ähm, Moment. Verkämpft Knopf, Werkstatt, Sniper Gewehr, Blablub. Harpune, Angriff, Blablab. Wo steht denn jetzt welche Level die Harpune hat? Oder bin ich einfach nur blind? Man weiß es nicht. Das heißt, erstmal wieder raus. Ich hoffe, dass die Ziele markiert sind. Ja, sind sie. Okay. Okay. Hier steht da Stufe 2. Okay. Wusste ich nicht auch zu ihm gehen? Hat er nicht gesagt, ich kriege etwas andere Dingen? Ich habe jetzt etwas verpasst. Ich gehe nochmal rein. Nochmal aus dem anderen Flügel nach oben. Weil der sagt ja auch von wegen, ey, wann du das machst, dann kriegst du von mir dieses Teil. Oder die Kralle. Dann habe ich sie jetzt ja eingesammelt. Aber ich muss ihnen auch Bescheid sagen, dass ich die habe, oder? Dass das abgeschlossen ist, denke ich. Das ist das. Ja, das ist das. 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 Ich bin ordentlich. Stahl. Okay. Wir haben jetzt also mehrere Missionen, die wir mal gerade angenommen haben. Natürlich. Das eine ist gut für mich. Das andere ist gut für ihn. Und. Ich kann mal wieder nicht rennen. Ich habe jetzt also festgestellt, man muss. Die Apune praktisch selbst ausrüsten. Ich bin ja Stufe 2, stand draußen eben. Das Ding kostet aber 600, glaube ich, oder? 600, 268 habe ich. Da fehlt noch ein bisschen was dorthin. Das heißt. Ich kann jetzt hier Fahrzeuge zerstören, die ich eben einnehmen kann. Das ist ein Lager. Hier. Echt? Äh? Jetzt ab jetzt. Jetzt? Ich muss jetzt sagen, da steht Kulasch, aber nur so ähnlich. Zapp, und so schnell kriege ich mal 50 Schrott, gibt aber immer noch jede Menge, die wollen wir mal mal vorbeiziehen lassen, weil die haben hier einen etwas höheren Level als ich den habe, und dann möchte man die nicht unbedingt angreifen, weil die machen einen wirklich ganz schlauer dann. Wenn man so eine Musik läuft, dann kann ich aber vielleicht hören, was wir sehen. Kann man auch mal machen. Da rechts oben ist auch noch mal über das Zug klauen, wenn man dann einfach mal hinten so hinkommt. Ist ja auch nicht immer gesagt. Muss man hier lang? Soll man hier lang? Ich denke eher nicht, ups. Aber manchmal kann man sich hier so hoch lynchen, heute mal nicht. Tolle Wurst. Dann frage ich mich immer, da kannst du jetzt hier den ganzen Tag um den Kreis rennen. Wie kommt man denn da hoch? Da nicht. Das ist echt sehr nervig gemacht, dass manche Stellen echt so aussehen, von wegen, oh, da kommst du hoch, und dann kommst du doch nicht hoch. Aber da gibt es Schrott, und ich brauche ja Harpune Nummer 3, ja Harpune Stufe 3, damit ja auch die Dinger da hinten zu sehen sind gerade, das stören kann. Da wirklich nach oben kommen kannst du auch nicht. Aber bin ich blind? Ich bin ja jetzt genau da, wo ich hin muss. Und hier ist nichts. Okay, manche Sachen muss man nicht verstehen. Müde ist es auch nicht, oder? Egal. Guck mal hin. Einmal lauf ich da mal hin. Da so. Das sieht so nach Eingang oder ähnlichem aus. Ach guck. Sehr, sehr lustig. Das war ein paar falsche Knopfen und das A drücken. Ach, sah mal ein schönes hier. Schrott. Sehr schön. Nicht sehr viel Schrott, aber immerhin. Das Essen ist auch immer gut. Martin, die können ja sehr proteinreich sein. Mmm, yummy, yummy. Immerhin. Aber bis nach 600 fehlt immer noch ein Stückchen. Ich behaupte einfach mal, dass wenn ich die Mission jetzt abschließe, dass ich da jetzt genug Schrott zusammen habe, dass ich dann meine Abwohnung auf Level 3 aufleveln kann. Das wäre jetzt schön. Aber jetzt fahren wir erstmal, dass wir jetzt auch Missionen überledigen sollen. Das fahren ist immer so ein bisschen sehr langweilig. Zumal, gegebenenfalls schön. Die Grafen sind allgemein so nicht schön. Kann man nicht meckern. Oder links oder rechts. Oder links. Die Dinger da, die meine ich, die kriege ich mit der Harpuni Stufe 3 erst bekommen. Und Harpuni Stufe 3 kriege ich erst dann, weil ich noch mehr Schrott habe. Ein Volkenskreislauf. Das heißt, eigentlich hätte ich ja schon... Wie leckt der mich hier eigentlich, sag mal? Nicht, dass ich jetzt immer noch hier doof im Kreis fahre. Irgend so einen komischen... Ähm... Das ist doch die Route noch von dem anderen Heino, oder? Na, klasse. Da hast du noch einen Treibstoffgelöse. Ich bin ja vollkommen falsch abgebogen hier. Was ist das denn schon wieder wie ein Scheiß? Wie ein Scheiß. Das ist ein bisschen... Das ist ein Sniper. Das ist ja alles schön und toll und gut. Natürlich. Die vernichten wir mal eben, ratzifatzi. Es wäre jetzt ja schön, wenn hier die Hauptmission angezeigt werden würde. Das wäre jetzt ein kleines bisschen einfacher denn. Legende an, aus. Achso. Minenfeld, nein. Hauptmissionsziel. Ist immer so ein Pünktchen. Okay. Wenn man die falsche Kraft drückt, dann ist man mal von der Karte verschwunden. Voila. So. Wo haben wir denn das Pünktchen jetzt? Ist ja auch praktisch, dass die Legende überhaupt gar nicht in den Weg hängt. Die hätten sie ja auch nicht an der Seite machen können oder so. Dass das ein bisschen besser aufgeteilt ist. Nein. Das wäre dann ja zu einfach. Aber ich sehe hier nirgendwo einen Punkt. Oder bin ich blöd jetzt? Hier ist die Zahnräder. Ich sehe jede Menge Punkte, die man noch einnehmen kann und klauen kann. Dann hast du nicht gesehen, um halt... Da sind aber eine ganze Menge neue dazu gekommen. Jetzt leck ich mich am Arsch. Und das nützt uns aber alles gar nichts, dann ich nicht weiß, wo jetzt dieser dämliche Punkt ist, wo ich hin muss. Hallo. Der ist nicht hier. Was ist das für eine Scheiße? Wo soll ich denn jetzt wissen, wo ich lang soll? Wäre schon gut zu wissen irgendwo, nicht? Hm. Dumm jetzt. Ein wenig. Ich sehe weder ein Ausrufezeichen nur auf so einen Punkt. Oder ich bin blind. Kann das hier auch gut angehen. Ich möchte die jetzt nicht bestreiten. Hoppala. Ach, da lang. Nein. Das haben wir doch schon. Muss ich da nochmal wieder hin? Und den auch nochmal anschnacken? Habe ich das gar nicht gemacht? Äh. Scheinbar. Moin. Talon, oder? Ich höre, dass es möglich ist, dass es das mit dem Knie zerbrechen kann. Oh, das klingt wie Gutgasse, John. Okay. Aber es ist möglich. Mit einem... ...pinch... ...de Blackmagic. Was du wissen? Ha! Oh, du hast Balls die Größe von Boojums. Und du hast uns gut gemacht. Granted. So, hör mich. Natürlich. Okay. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Manchmal. Also, wer die Karte lesen kann. Genau. Aber ich habe immer nicht genug Schrott. Wallah. An die Werkstatt gehe gar nicht jetzt. Warum nicht? Ist okay. Ich will erst mal anstrengen. Ah. Kosten Null ist immer sehr gut. Bam. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Oh, du bist? Der große Chef in Gastown. Wanns collecting? Shall wir ihn holen? Okay. Blah, 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 blah. Ich muss ihn mal testen jetzt. Ja, ich will... Okay. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah. Ich muss ihn mal testen jetzt, ja? Schöne Spielzeug, Galle. Ich brauche nur heute ein bisschen Lache halt Zeit. Wunderschön. Ach. Das ist Stufe 1 Stufe 2 würde 300 Ich denke es macht Sinn schon auf 2 aufzugehen Oder soll ich lieber Harpune 3 nehmen Ich denke Ich stelle hier schon auf 2 ein Ich hänge sowieso ein bisschen hinher Was die ganze Aufrüstung angeht Weil ich ja eigentlich nur Die Story mal eben durchspielen möchte Aber Man kann nicht einfach nur mal eben Die Story durchspielen Weil Was ist das Man halt einfach nicht die Erfahrungsmitte dafür hat Oder die nötigen Waffen Der verpisst sich der Sack Du Arschloch Wir fahren unserem eigentlichen Ziel hinterher Der Sonne hingegen Die Ballon war schon Auch die Art Ding einzunehmen Ich finde es auf der Karte ein bisschen blöde gemacht Ich finde das hätte es ein bisschen Mehr so einstellen sollen Was war das für Geräusch Dass das gleiches Auge steht Da muss man nicht lange kurz suchen Weil das ist ein Lärmisch Aber egal Es sollen ja auch viele Leute geben Die nicht ganz so blind sind Ich habe den Ballon Hab ich noch nicht gehabt oder Was ist das für ein DERF-Testum? Das ist eine Frage Da wäre es mir so ein Ding Ist das für ein DERF-Testum? Kann ich damit schießen? Tatsächlich Sehr gut Läbt sich diese Anzahl Die man da schießen kann Ist das eine Mission? Ich weiß ja nicht Nicht wirklich viel Also Verhältnis Schrott sammeln Zum Schrott ausgeben Ist echt sehr krass Kannst du sechs Tage Schrott sammeln Bevor du ein Teil kaufen kannst Das ist echt Ein sehr beschissiges Verhältnis Darum will der ist lang Er ist da lang Der ist da lang So Okay Dann nehme ich den offiziellen Weg Mal gucken, dass da so auf uns zukommt Dann jetzt Ein bisschen da wird Hat 5-3 benötigt Da passiert mir auch nichts Ich gehe immer stark davon aus, dass sie das verändern wollen, ne? Ja Das ist doch Ich finde, ich bin gar nicht Geschichte, Leute Ich bin gleich Geschichte, Leute Er hat den Nitro Er hat einen Ramp Er hat einen Ramp Er hat einen Ramp Er ist weg Er ist weg Er ist weg Na, meine Karte deportiert sich ja nicht von alleine Meine Karte deportiert sich ja nicht von alleine Die steigen für mich jetzt auch aus, das ist gut. Wo geht's denn noch? Einfach aussteigen, dann steigen die auch aus. Wie dumm sind die denn? Dann habe ich zumindest die Fahrzeuge schon nicht mehr am Arsch. Dann musst du auch diese normalen Dinger kaputt machen und das Auto ist auch gleich wieder heilig. Mensch. Warum ist es schwer, wenn es auch einfach geht. Oder andersrum. Ich parke hier zwar gerade ein bisschen ungünstig. Wie ich meine. Da ist es noch ein Sniper-Hartschöcker. Noch ein paar lange. Nein. Ich bin nur ein bisschen nervig, dass die Sniper da immer sind. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen in Bewegung bleiben. Das ist aber auch kein Problem. Bist du wirklich verletzt, dann könntest du einer ja nicht. Das ist aber nicht. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen runter. Jetzt müssen wir noch ein bisschen lohn. Das ist nicht der Schlepp. ати-Hartschöcker-Hartschöcker-Hartschöcker-Hartschöcker. Das ist hier auch so. Die Snipe haben das aber eilig einzuerledigen, wenn ich meine. Au, au, was ist das? Das heißt, ich muss jetzt mal die Sniper direkt kugeln. Mensch, du. Oho. Alter, du bist echt sehr nervig gerade. Natürlich, natürlich. Ich muss noch ein bisschen in Deckung gehen. Aussteigen, weil in dem Auto kann man sich nicht heilen. Ich würde das Tor sehr gerne mit der Harpune niederreißen, aber wir speichern erstmal ne Runde. Möchte ich meinen. Weil diese dämpchen Sniperpillern weg sind. Mit dem Dingern nur zwei Schuss ist eigentlich die Welt. Aber es ist schon mal schön, dass die Autos los sind. So, Leute. Wer möchte zuerst? Alles klar. Ja. Aber ein Stück zu mir nochmal. Dann brauchst du dir die nächsten Sorgen. Okay. Okay. Ich hoffe, demnächst keine Sorgen, wir haben deine Zähne gemacht, wollte ich sagen. Ach, das ist immer diese nervige Musik. Okay. So, jetzt steht da gleich die Nachteilung, die Nachteilung, die Nachteilung, die Nachteilung, mal drei. Dann würde ich mir echt nass lassen. Okay. Ta-laa. Da freuen wir uns jetzt aber ein Ast, dafür es geschafft haben, oder? Die Nachteilung ist auch immer sehr gut. Immer schön Hütte und einen Sammeln. Ja, Quatsch. Und Quatsch. Und Quatsch. Dann machen wir das gleiche für sie, wie wir für die anderen haben. Wow. Hoppala. Heißt das Knöpchen. Da lang. Ähm. Jetzt müssten wir doch eigentlich wieder ins Schloss... Schloss. Wir fahren ins Schloss zurück. Wir haben ein schönes Schloss da. Weil wir haben ja die Mission erst abgeschlossen. Oder nicht? Oder verpasst ihr da jetzt irgendwas? Irgendwie mal wieder?